hallo zusammen und herzlich willkommen zu meiner neuen vorstellung heute zeige ich euch die tudor black bay in steel and gold ein kleiner hinweis vorneweg ich habe jetzt diverse nachrichten bekommen ich soll doch bitte die uhren sauber machen bevor ich sie euch zeige glaubt mir ich gebe mein bestes die uhren sofern es denn trage uhren sind so gut wie es geht sauber zu machen die jetzt ist praktisch neu die wurde ein tag getragen bevor ich sie bekommen habe ich habe minutenlang mit einem staubtuch drüber gewischt mit einem mikrofasertuch und trotzdem hat sich der ein oder andere staubfussel verirrt es ist leider mit dem makro objektiv einfach nicht möglich da komplett staub und flecken frei zu filmen ich hoffe ihr entschuldigt das und habt trotzdem spaß an dem video die allgemeinen informationen zur marke tudor halte ich heute mal kurz zu sagen wäre dass tudor entstanden ist 1926 und eine tochter marke der firma rolex ist die marke mit der krone die uns allen ein begriff sein dürfte besonders hat tudor meines subjektiven empfindens nach zugelegt in den letzten jahren gerade auch mit einführung der manufaktur werke in den black bay modellen und der verschiedenen anzahl an varianten beispielsweise auch der black bay in bronze wir widmen uns heute im speziellen der tudor black bay heritage oder heritage wie auch immer korrigiert mich da gerne in den kommentaren wie man das ausspricht ja wir widmen uns dieser variante in der steel and gold version die kam erstmals in dieser form auf der base world 2017 mit dem schwarzen zifferblatt heraus jetzt im märz diesen jahres 2018 auf der base world ist noch das modell in ja wie sagt man mit champagner farben würde ich sagen mit champagner farben im zifferblatt vorgestellt worden diese black bay reiht sich wunderbar ein in die bisherigen taucher uhren von tudor sowohl was das äußerliche angeht als auch das funktionelle man sieht sehr schön die big crown rechts außen die sehr griffig ist eine gute lunette die sich schön drehen lässt und alles weitere schauen wir uns jetzt in der makro aufnahme mal genauer an während wir nachher zu den technischen hard facts kommen hier jetzt erstmal die uhr von außen ihr seht das typische zifferblatt für eine tudor black bay mit den punkten dem dreieck und den strich indizes alle schön in gold gefasst oder golden umrandet hier die krone mit der typischen tudor rose ja auch ein hauptmerkmal sage ich mal für tudor die variante dieser uhr hat das stahl gold armband es gibt auch diese uhr am lederband ich allerdings finde persönlich die stahl gold variante hier auch mit der schönen tudor schließe in der schildform deutlich angenehmer und auch besser passend zur uhr die schließe hat nochmal einen zusätzlichen sicherheitsbügel was ich als träger einer solchen uhr eigentlich immer ganz gut finde jetzt mal unabhängig von der marke man hat ja in der regel keine kleinwerte im luxusuhrensegment am handgelenk und da gibt es so ein zusätzlicher bügel irgendwie einfach noch mal sicherheit ich weiß nicht ob es dann nur mir so geht schreibt mir da gerne mal eure meinung zu in die kommentare aber wenn ich mir überlege dass so eine schließe und letztlich ja auch das ganze innenleben des bandes darüber entscheidet ob ich die uhr am handgelenk habe oder nicht da ist mir dann doch die ein oder andere sicherheit mehr deutlich lieber als wenn sie nicht da wäre was ich hier sehr schön finde ist einfach die mischung aus dem gebürsteten und dem polierten stahl die flanken der uhr glänzen weil sie poliert sind der rest ist matt gehalten ebenso wie auch die lunette wobei sie nicht ja es ist schwierig zu sagen die ist nicht matemat im sinne von sie glänzt gar nicht aber es ist jetzt auch nicht so schein wie man sieht hier sehr schön dass man komplett geblendet wird und gerade im kontrast zu den goldenen ziffern und den goldenen rand der lunette finde ich das eigentlich ein sehr sehr schönen kontrast das zifferblatt ist sehr aufgeräumt man sieht hier die typischen schriftzüge die eben also eine black bei an sich hat dies betrifft die wasserdichtigkeit dass sie zertifiziert ist was die chronometer norm angeht und natürlich das datum die hat die krone ist die big crown wie eingangs erwähnt das ist sehr sehr schön weil sie leicht zu greifen ist und sich so die uhr wunderbar verstellen lässt jetzt haben wir das äußerliche gesehen hier noch mal ein paar wrist shots die uhr hat ein durchmesser von ich glaube 41 millimeter ist wasserdicht bis 200 meter besitzt ein manufaktur kaliber nämlich das mt 5612 zu sagen zum gehäuse und zum band ist dass das gehäuse an und für sich soweit ich weiß bei der lunette aus vollgold besteht und bei der krone auch aber korrigiert mich da sehr sehr gerne sollte ich falsch liegen wo ich mir allerdings sicher bin ist das armband da sind die mittelglieder die in gold hier erscheinen aus edelstahl und vergoldet worden das allerdings wirklich nicht schlecht ich persönlich hatte jetzt die tudor zwei tage in der hand und war sehr angetan ich mag die color uhren sehr gerne diese hier ist nicht aufdringlich fällt aber trotzdem auf wobei sie trotz dieser eigentlich nicht sehr großen größe von 41 millimetern doch verhältnismäßig hoch baut und mit sicherheit nichts ist für menschen mit einem kleinen handgelenk ich hoffe ihr hattet spaß falls ja gibt mir gerne einen daumen nach oben kommentiert bei den kommentaren und lasst mir wenn ihr möchtet sehr sehr gerne ein abo da ich würde mich darüber freuen und wir sehen uns und hören uns beim nächsten mal tschüss